Ja, ich bin die Feli, bin 36 Jahre, komme aus der Nähe von München und ich bin dabei, weil mir Volunteering super Spaß macht und ich eigentlich fast jedes Event mitmache. Mein emotionalster Moment als Volunteer war damals in London 2017. Da war ich gerade auf dem Weg zum Essen und da wurde der Mo Farah vorgestellt und das ganze Stadion hat wirklich gebebt und applaudiert und es war richtig Gänsehautfeeling. Ich habe viele Freunde dadurch kennengelernt, viele Kontakte geknüpft in der ganzen Welt. Man ist ein bisschen selbstbewusster, Wertschätzung kriegt man und man lernt einfach ganz viele neue Sachen auch kennen außerhalb vom Beruf. Ja, ich war schon, ich sage jetzt mal, bei jedem Kontinent einmal dabei, außer Australien und Neuseeland. Ich bin part of the team, weil ich mal hinter die Kulissen eines Großevents schauen wollte.